Wir sind eine Luxusgesellschaft. Wir leben im Luxus, andere Leute haben nichts und noch weniger. Die Welt wird nicht schlechter werden, nur weil wir weniger konsumieren, sondern es wird sogar ein bisschen entspannter für alle. Brauchen wir wirklich eine grosse Auswahl an Lebensmitteln jeden Tag? Macht mich das glücklich, wenn alles in Plastik verpackt ist? Dann sind wir konsumistisch wieder auf einem Level von 100 oder 150 Jahren. ...